Karl-Heinz Nassmacher wurde 1975 zum Professor für Politikwissenschaft an der Universität Oldenburg berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2008 forschte und lehrte. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen westliche Demokratien, Kommunalpolitik und Parteien. Leben Nach seinem Abitur in Krefeld studierte Nassmacher Bankbetriebslehre, Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität zu Köln und der Pennsylvania State University. 1965 erhielt er von der Universität zu Köln den akademischen Grad eines Diplomkaufmann. Zwei Jahre später wurde er promoviert, ebenfalls an der Universität zu Köln. Thema der Dissertation Das österreichische Regierungssystem Nachstellen als wissenschaftlicher Assistent an der Universität zu Köln war er an der Heimvolkshochschule Bergneustadt der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie der PH Rheinland-Abd-Wuppertal und der Sozialakademie Dortmund tätig, bis er 1975 an die Karl-von-Ossietzki-Universität Oldenburg berufen wurde. 1982 nahm er eine Gastprofessor an der Universität Salzburg wahr. Als Sachverständiger war er in der Enquete-Kommission Kommunales Verfassungsrecht des Niedersächsischen Landtags. Als Mitglied in der von Bundespräsident Herzog berufenen Parteienfinanzierungskommission und als Vorsitzender im Research Committee Political Finance and Political Corruption der International Political Science Association tätig. Schriften Hier sind nur die wichtigsten Publikationen aufgeführt. Eine ausführliche Liste kann auf den Seiten der Karl-von-Ossietzki-Universität gefunden werden. Das österreichische Regierungssystem Köln 1968 ohne ISBN Demokratisierung der europäischen Gemeinschaften Bonn 1972 ohne ISBN Politikwissenschaft i. Düsseldorf 3, Aufl 1977 ISBN 3-80412712-6 Politikwissenschaft 2 Düsseldorf 2, Aufl 1974 ISBN 3-80412714-2 Kommunalpolitik und Sozialdemokratie Bonn Bad Godesberg 1977 ISBN 3-87831237-7 Parteien im Abstieg Wieder Begründung und Niedergang der Bauern- und Bürgerparteien in Niedersachsen Opladen 1989 ISBN 3-531-120840-0 Bürger finanzieren Wahlkämpfe Baden-Baden 1992 ISBN 3-7890-2760X Banken in Deutschland Opladen 1998 ISBN 97838100-1696-6 Foundations for Democracy Baden-Baden 2001 ISBN 3-7890-7340-7 Kommunalpolitik in Deutschland Opladen 2, Aufl 2007 ISBN 9783531152110 Nachhaltige Wirtschaftspolitik in der parlamentarischen Demokratie Das britische Beispiel Wiesbaden 2009 ISBN 9783531163765 The Funding of Party Competition Baden-Baden 2009 ISBN 97838329-42717 从 Industriei Pues School crocodiliär The Funding of Pick Brasilien Studium at吃 Everybody hört Begründung, Pietri's Best Bristol The Funding of